wir sind schon bei 86 Prozent aber davon ist schon das Ziel und somit würde ich sagen habe ich sicher und verdient gewonnen vielen Dank mein Gott was fahrt dann wieder zum schlimm maximal maximal minimal minimal maximal das heißt das ist das letzte Rennen was minimal ist ab dann geht es nach maximal sieht schon so geil aus das hat das echt das ist so krass das Auto ein Mörder ist das eine Mörder Benzinschleuder und ich bin letzter ich konnte ja damit 208 km h dorthof fahren so lassen auf dem zweiten Platz 22 km h das dürfte eigentlich gereicht haben jawohl das war wieder ein Fail und wo steht denn der drin sicher bremst mich diese kleine wichs Drecksau wieder aus wie ich es hasse kleiner Hurensohn ok es ist 1 km h aber ich war da locker und bin schneller unterwegs als er komm gib Gas und schalten mal schneller du musst nicht den immer bis 9 rauf drehen oh ich bin zweiter und hat sich jemand abgeschossen und zwar um eigentlich ganz 20 km h ok immer noch das sind 56 glaube ich zu der letzten muss ich nochmal gescheit durchkommen äh beziehungsweise der letzten und den letzten beiden 317 dürfte gut genug gewesen sein um das Rennen für mich zu entscheiden möchte man meinen erscheint auch so zu sein das Rennen für mich also dann hab ich einen guten Vorsprung das ist eh schon das Ziel ja überhundert Körner da holt mir keiner mehrmals weg mir verlang nichts mehr gehört dein Ruf bei den Locals ist echt krass Razor hat bestimmt die Hosen voll du hast es fast geschafft ja weiß ich weil ich so geil bin und das End drauf habe so zack und da sind es von 9 Rennen nur noch 3 leider dreimal maximal das heißt wir fangen mit 25 km willst du mich verarschen gut das waren 32 das war noch relativ kurz wir fangen mal mit dem Mautstellenrennen an und dann schauen wir mal weiter da so so Ich weiß nicht, dass wir die Maximum haben. rüber 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 Einheiten auf Empfang. Ein Verkehrsteilnehmer meldet einen gefährlichen Fahrer, der ihn fast von der Straße gedrängt hat. Der Verdächtige wurde zuletzt gesehen in östlicher Richtung, auf der North Bay Road. Ich brauche Einheiten. Irgendwann hier in der Nähe muss jemand sein, der irgendwie Verkehrsteilnehmer abgedrängt hat. Hoffentlich drängt er mich nicht ab. Ups. Kommen sie von links, hoffentlich nicht zu schnell. Für weiß, da gibt es eine Abkürzung. Oh toll, Bullen von vorne. Ich habe keine Chance den auszukommen. Auf sich bremsen. Und die nächsten Bullen, yeah. Sehr gut. Ja, bestätige er ist es. Verfolg ihn mit Code 3. Er hält nicht an. Ich muss hier mit einem Mautstellen bezahlen. Jetzt können sie rasen wie sonst was. Sonst hängt sie ab. Bei E200. Schick mir Verstärkung, ich kann diesen Kerl nicht aufholen. Ok, verstanden Charlie 8. Einheiten haben sich gemeldet und sind unterwegs. 37 Prozent erscht. Ringfeindung vorbereiten. Absichtskontakt verloren. Vergesst es, ich habe ihn. Bestätige, der Verdächtige wurde korrigiert. Ihre letzte Meldung ist direkt vor mir. Verdächtiges Fahrzeug gesichtet, ich bin Code 3. Ich habe ihn verloren, aber er kann nicht direkt mit oben sein. Oh doch, von wie weit? Hier ist Bravo 28. Wir hängen hier in einem 1043 vor unserem Zielsektor. Puh. Bravo 28. Oh, jetzt muss ich ein bisschen mehr aufpassen. Sollte ich. Ich werde jetzt eiskalt reingedronert. An alle Unterstützungseinheiten. Fahrzeug wurde zuletzt gesehen in östlicher Richtung. Auf der Abfahrt Valley. Alle Straßen in seiner letzten bekannten Fahrtrichtung werden... Hab ihn wieder eingeholt. Vergesst meine letzte Meldung. Ja, ja, eingeholt. Was ist denn für ein neuer gespawnt? Fertig. Tüter. Nicht zum Fahrzeug verloren. Alarmiert weitere Einheiten. Müssen Ringfahndung vorbereiten. Hab ihn eingeholt. Bin wieder hinter ihm. Mh. Mh. So. 61 Prozent. Vier Malständen. Fünf. Alle an der Verfolgung beteiligten Einheiten. Der Verdächtige wurde zuletzt gesehen in Fahrtrichtung Süden. In der Nähe des Bankenviertels. Einsatzleitung bestätigt Absperrung des Sektors. Übermittlung der Zielpositionen... DPS. Aktuelle Infos verfolgen. Ach komm, verpiss dich. Ach, kacke. Wieder nicht auf die Landkarte geschaut. DPS. Bravo 29. Er bitte aktuellen Situationsbericht. Lage unverändert. Warnt die anderen Bezirker vor. Lichtkontakt verloren. Versuche ihn wieder heiß zu erhöhen. Korrigiere es. Wir haben ihn. Wir haben ihn. Ich, ich kann nicht mithalten. Der Typ zieht davon. Tja. 342 Feigen an Bibi. Ich bin immer nur her. Ich bin immer nur her. Spät 83 Prozent. Ich glaube sie zaubern. Ich bin immer nur her. Spät 83 Prozent. Ich glaube sie zaubern. Negativ. 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 Bleibt Information. Wiederhole. Bleibt Information. Mit zwei Leuten. Information bleiben. Habe Sichtkontakt verloren. Versuche ihn wieder zu finden. Fahrzeug ist entkommen. Sperrt alles ab. Information für die Verfolgergruppe. Das Fahrzeug wurde zuletzt gesehen in Richtung Süden durch den Camden Tunnel. Umliegendes Gebiet wird abgesperrt. Einsatz ist weiterhin Code 6. So. Hier Charlie 15 mit zwei weiteren Einheiten. Brauchen für die Sperrung voraussichtlich drei Minuten. Drei Minuten. Dabei bin ich davon. Tut mir leid. 3 Minuten. Wir haben hier einen Zeugen, der unseren Verdächtigen gesehen hat. Wir sollten die Suche ausweiten. Der könnte schon sonst so sein. Tja. 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 und zwar so fahrt zurück zum unterschlupf und speichern aber natürlich sicher blacklist 15 zwei rennen noch dann haben wir es dann haben wir es leute 5 und was macht denn der ich aufhalten dieser Schuss Tschüss. So. Danke, Skipps.